Hallo, ich bin Verena. Schön, dass du da bist. Heute wird es wieder sehr kraftvoll, sehr intensiv. Wir fließen durch 40 Minuten Power-Yoga, kräftigen dabei unseren gesamten Körper und wagen uns am Ende noch in eine kleine Armballos. Du brauchst wie immer nichts außer deiner Yogamatte. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir beginnen im Fersensitz, Vajrasana. Finde einen aufrechten und bequemen Sitz und mit der nächsten Einatmung roll deine Schultern über vorn nach oben zu den Ohren, ausatmen über hinten wieder nach unten. Nochmal so, atme ein, roll die Schultern über vorn nach oben, ausatmen nach unten. Dann leg deine Hände in deinem Schoß ineinander und schließe für einen Moment deine Augen. Richte deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Atem und schenke dir diesen Moment, um ganz bei dir auf der Matte anzukommen. Lass dein Gesäß schwer auf deine Fersen sinken und finde daraus ganz viel Länge in deiner Wirbelsäule nach oben über deinen Nacken, dein Hinterkopf bis zur Decke. Die Schultern sind entspannt. Löse deine Zunge vom Gaumen und entspann den Bereich zwischen deinen Augenbrauen. Dann atme ein durch die Nase auf auf eins, zwei, drei, drei, halte und atme aus auf drei, zwei, eins, halte. Atme ein auf eins, zwei, drei, vier, halte und atme aus auf vier, drei, zwei, eins, halte. Ein auf eins, zwei, drei, vier, drei, vier, fünf, halte und aus auf fünf, vier, drei, zwei, eins. Dann lass den Atem fließen, ganz natürlich. Mit der nächsten Einatmung schwing die Arme kraftvoll über die Seiten nach oben und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Senke etwas den Blick und dann setz dir hier eine Intention für deine heutige Yoga-Praxis. Was möchtest du mit in den Tag nehmen? Öffne langsam deine Augen. Los geht's! Bring die Hände vor dich auf die Matte. Komm in den Vierfüßlerstand. Klapp die Zehen um und für Katze Kuh senk den Oberkörper mit der Einatmung leicht ab. Fließ nach vorn, ganz viel weiter. Ausatmen, werde rund, Katzenbucke. Einatmen, roll nach vorn, heb dein Herz. Ausatmen, schieb dich von der Matte weg. Genau, noch zweimal so. Mit der Einatmung roll nach vorn und ausatmen, werde rund. Allerletztes Mal mit der Einatmung roll nach vorn und ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen und oben. Achtung, halte hier. Press dich mit allen zehn Fingern vom Boden weg und dann heb deine Knie ein bis zwei Zentimeter an. Genau, halte. Saug den Bauchnabel ein und kreier Hitze in deinem Körper. Dann halte noch für fünf, vier, drei, zwei, eins und release. Setz dich zurück auf deine Fersen, schüttel deine Handgelenke aus, und tue hier die Bewegung, die du gerade brauchst. Locker alles auf und wenn du soweit bist, bring die Hände zurück zur Matte und komm in die Plank. Yogi Liegestütz. Schieb hier alle zehn Finger in die Matte hinein, Bauch ist aktiviert und dann wipp hier mal vor und zurück, um deine Handgelenke aufzuwärmen. Vielleicht auch in kreisförmiger Bewegung. Erst nach rechts, dann nach links. Sehr gut. Atme. Dann pendel dich langsam wieder ein und von hier aus schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana Lass die Knie gern noch etwas gebeugt. Schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden. Schau mal nach rechts, schau mal nach links. Nimm hier deinen gesamten Oberkörper in der Bewegung mit. Genau. Dann komm langsam wieder zum Stillstand und mit der nächsten Einatmung beug die Knie, Blick nach vorn und mach einen großen Schritt an den Anfang deiner Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge, ganz viel Länge. Ausatmen, Ganze. Knie gern gebeugt. Lass den Kopf schwer hängen. Mach hier mal Ja-Ja, Nein-Nein-Bewegung, um deinen Nacken zu lockern. Und mit der nächsten Einatmung roll dich Wirbel für Wirbel kontrolliert nach oben auf. Roll langsam die Schultern zurück, den Kopf. Schwing die Arme über die Seiten weit nach oben. Und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Weiter geht's. Atme ein, schwing die Arme weit nach oben, ganz viel Länge. Und dann greif dir mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk, lehn dich rüber nach rechts. Side Stretch. Atme ein, komm zurück zur Mitte, nochmal Länge. Und dann greif dir mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk, lehn dich nach links. Yes. Einatmen Mitte. Und ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Uttanasana. Einatmen halbe. Und ausatmen, tritt zurück in die Plank. Mit der Einatmung für eine Länge. Ausatmen, senk über Knie, Brust und Kinn auf die Matte ab. Einroll die Schultern zurück, heb dein Herz, kleine Kobra. Und ausatmen, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Wunderbar. Wir machen direkt weiter. Heb mit der Einatmung dein rechtes Bein lang gestreckt nach oben, ganz viel Länge, Hüfte parallel. Ausatmen, rechtes Knie, zieht fort zur Nase. Halte. Atme ein, schieb dich zurück, dreibeiniger Hund. Ausatmen, rechtes Knie zum rechten Oberarm, bis in die Achsel. Halte hier. Einatmen, schieb dich zurück. Und ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm, so hoch du kannst, dreh dich auf. Und dann dreh den linken Fuß um 90 Grad, streck deinen linken Arm zur Decke, twiste dich auf in die Side Plank. Dein rechtes Bein bleibt gebeugt. Atme ein, zieh dich über deine Fingerspitzen lang nach oben. Ausatmen, linke Hand zur Matte, schieb dich in den dreibeinigen Hund. Öffne die Hüfte, lass den rechten Fuß nach außen fallen. Die Schultern bleiben geschlossen. Mit der nächsten Einatmung komm auf deine linken Zehenspitzen. Ausatmen, bring dein rechtes Knie über außen nach vorn zur Brust. Halte. Dann platziere den Fuß zwischen deinen Händen, atme ein, schwing dich mit den Armen nach oben auf und setz dich tief in den Krieger 1 mit gehobener Ferse. rechte Hüfte, schieb etwas zurück, linke Ferse von dir weg und dein Bauch ist fest. Entspann die Schultern, schenk dir hier ein Lächeln. Mit der nächsten Einatmung verlagere dein Gewicht nach vorn, schwing die Arme nach hinten, Airplane und ausatmen, flieg nach vorn in den Krieger 3. Sehr schön. Senkt die linke Hüfte etwas nach unten ab, linker kleiner Zeh ist leicht nach innen eingedreht, Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Halte noch für einen Atemzug. Mit der nächsten Einatmung richte dich langsam auf, zieh die Arme zur Decke, linkes Bein gebeugt. Ausatmen, streck dein linkes Bein von dir weg und bring die Hände vor dein Herz. Halte hier, aktiviere die Bauchmuskeln und heb dein Bein so noch ein Stückchen höher, so hoch du kannst. Letzter Atemzug und ausatmen, schieb dich zurück in den Krieger 3. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung beug leicht dein rechtes Knie und ausatmen, push dich nach oben. Atme ein, leicht beugen. Ausatmen, schieb dich vom Boden weg. Noch zweimal. Ein, ausatmen. Letztes Mal. Ein und ausatmen, ausatmen, schieb dich nach oben. Sehr gut. Für den Halbmond öffne nun deine Hüfte, bring die rechte Hand zum Boden, linke Hand zieht lang zur Decke. Spann dich auf. Dein linkes Bein ist in einer Linie mit deinem Oberkörper. Wenn du mehr willst, versuch mal, die rechte Hand vom Boden zu lösen. Spiel hier mit deiner Balance. Für die gebundene Variante greif dir mit der linken Hand deinen linken Fuß und spann dich auf. Schaff dir so noch mehr Weite in deinem Brust- und Herzraum. Genau. Achtung, es wird etwas kniffliger. Hör nun gut zu. Schließ die Hüfte, bring die Knie aneinander und von hier aus wechsel die Hand an deinem Fuß. Rechte Hand an linker Fußaußenseite, linke Hand zum Boden und versuch nun dein linkes Bein zu strecken und setz dich tief, ohne den Po am Boden abzusetzen. Kleine Breakdance Pose. Keine Sorge, wenn es nicht direkt klappt, das muss man ein paar Mal machen. Halte hier für einen Moment und dann komm langsam wieder zurück, streck erst dein rechtes Bein, schieb dich so nach oben, beug dann dein linkes Bein und wechsel wieder die Hand an deinem Fuß. Genau. Linke Hand, wieder an linkem Fuß, rechte Hand am Boden, dann spann dich nochmal auf in den gebundenen Halbmond. Sehr gut. Löse die Hand von deinem Fuß, streck dich nochmal in aller Himmelsrichtung, beug dein rechtes Knie und fließ zurück, Reverse Warrior. Wunderschön. Elegant oder nicht elegant, völlig egal. Atme ein, komm zurück zur Mitte, Krieger 2 und für Trikunasana, streck dein rechtes Bein, zieh dich über die rechte Hand lang nach vorn, ausatmen, bring die rechte Hand an dein Schiedenbein, linke Arm zieht lang nach oben. Halte hier. Wenn du möchtest, streck deinen rechten Arm lang nach vorn, leg gerne auch die linke Hand oben drauf und lehn dich mit dem Oberkörper leicht zurück. Sehr gut. Spür die Bauchmuskeln brennen. Noch ein Atemzug hier. Dann löse deine Arme, beug dein rechtes Bein und setz dich tief in den Krieger 2. Rechtes Knie über rechtem Fußgelenk ausgerichtet, linke Fußaußenkante schiebt in die Matte. Dein Blick geht ganz erhaben über deine rechten Fingerspitzen nach vorn. noch ein tiefer Atemzug hier und ausatmen, kurbel dich windmühlenartig zur Matte, fließ durch dein dreibeiniges Vinyasa. Kobra oder Updog. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Atme tief durch die Nase ein und lösen durch den Mund wieder aus. Nochmals so tief ein, vollständig wieder aus. Wir machen direkt weiter auf der linken Seite. Mit der Einatmung heb dein linkes Bein langgestreckt nach oben. Ausatmen, linkes Knie zieht vor zur Nase. Halte. Atme ein, schieb dich zurück, dreibeiniger Hund. Atme aus, linkes Knie zum linken Oberarm. Bis in die Achsel. Genau. Atme ein, dreibeiniger Hund. Und ausatmen, linkes Knie zum rechten Oberarm. Dreh dich auf. Dann dreh den rechten Fuß um 90 Grad, streck den rechten Arm zur Decke und dreh dich auf in die Side Plank. Dein linker Fuß ist am rechten Knie. Mit der Einatmung zieh dich über die Fingerspitzen zur Decke und ausatme, rechte Hand zum Boden, dreibeiniger Hund. Öffne die Hüfte und lass den linken Fuß nach außen fallen. Kontrolle hier nochmal deine Schultern, um im Oberkörper nicht aufzudrehen. und mit der nächsten Einatmung komm auf die rechten Zehenspitzen. Ausatmen, linkes Knie zieht fort zur Brust, halte. Dann platziere den linken Fuß zwischen deinen Händen, schwing dich auf in den Krieger 1 Variante. Sehr gut. Schieb die linke Hüfte etwas zurück, die rechte Ferse von dir weg. Dann bleib hier für zwei Atemzüge. Mit der Einatmung finde Länge über deine Fingerspitzen. Ausatmen, lehn dich leicht nach vorn, Arme ziehen zurück, Airplane. Von hier aus verlage dein Gewicht auf dein vorderes Bein, flieg nach vorn, Krieger 3. Sehr gut. Drehe den rechten kleinen Zeh leicht nach innen, Bauchnabel zieh zur Wirbelsäule, während dein Kopf lang nach vorn zieht, die rechte Ferse nach hinten schiebt. Letzter Atemzug hier. Und mit der Einatmung richte dich langsam nach oben auf, schwing die Arme zur Decke, ausatmen, streck den rechten Fuß von dir weg und bring die Hände vor dein Herz. Sehr schön. Halte hier. Arbeite mit deinen Bauchmuskeln und heb so dein Bein noch ein Stückchen höher. Atme tief ein und ausatmen, fließ zurück, Krieger 3. Du weißt, was kommt. Mit der Einatmung beug leicht dein linkes Knie. Mit der Ausatmung drück dich nach oben. Atme ein, leicht beugen. Aus, Push. Noch zweimal. Einatmen, leicht beugen. Aus, schieb dich nach oben. Letztes Mal. Ausatmen, schieb dich vom Boden weg. Und für den Halbmond bring die linke Hand zum Boden, öffne die Hüfte und streck den rechten Arm zur Decke. Schieb die rechte Ferse von dir weg und spann dich auf. Für die gebundene Variante greif dir mit deiner rechten Hand nun den rechten Fuß und spann dich noch mehr auf. Schaff dir ganz viel Weite in deinem Brust- und Herzraum. Sehr schön. Und für unsere Breakdance Pose schließ langsam die Hüfte, beug gleich dein linkes Knie, löse erst die rechte Hand von deinem Fuß und greif dir mit der linken Hand die rechte Fußaußenkante. Dann beug mehr und mehr dein linkes Bein, versuch dein rechtes Bein zu strecken, stütz dich mit deiner rechten Hand ab und setz dich tief. Breakdance. Hab hier einfach ein bisschen Spaß. Und dann langsam und kontrolliert, komm wieder zurück, beug dein rechtes Bein, wechsel die Hand, rechte Hand zurück an rechtem Fuß und dann spann dich nochmal auf in den gebundenen Halbmond. Genau. Löse die rechte Hand, streck dein rechtes Bein, weite dich und ausatmen, fließ in den Reverse Warrior, lehn dich zurück. Wunderschön. Mit der Einatmung Krieger 2 und für Trikunasana streck dein linkes Bein, zieh dich mit der Einatmung über die linke Hand lang nach vorn, ausatmen, linke Hand und linkes Schienbein, rechte Hand zieh zur Decke. Versuch deine Schultern aufeinander zu stapeln und wenn du mehr willst, streck die linke Hand nach vorn, bring gern die rechte Hand auf die linke und lehn dich mit dem Oberkörper leicht zurück. Lass die Bauchmuskeln brennen. noch ein Atemzug hier. Und dann löse die Arme, beug dein linkes Bein und setz dich tief in den Krieger 2. Sehr schön. Rechte Fußaußenkante schiebt in die Matte, linkes Knie ist über linkem Fußgelenk ausgerichtet und zieh die Beine in deiner Hüfte energetisch zueinander. Dein Blick geht ganz erhaben über die linken Fingerspitzen nach vorn. Halte hier. Dann komm windmühlenartig zur Matte und fließ durch dein dreibeiniges Vinyasa. Cobra oder Updog. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Atme tief ein durch die Nase. Lösen durch den Mund wieder aus. Nochmal so tief ein und aus. In der nächsten Einatmung beugt die Knie, Blick nach vorn und tritt oder springen an den Anfang deiner Matte. Ein halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze. Ein, roll nach oben auf, schwing die Arme zur Decke. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Ein, schwing die Arme lang nach oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Uttanasana. Ein halbe. Aus, tritt zurück, Chaturanga. Cobra oder Updog. Und ausatmen, herabschauender Hund. Achtung! Wir wiederholen die erste Sequenz etwas abgewandelt und in einer kürzeren Version. Mit der nächsten Einatmung heb dafür dein rechtes Bein lang nach oben. Ausatmen. Ausatmen, rechtes Knie zieht vor zur Nase. Halte. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, rechtes Knie zum rechten Oberarm. Bauch ist fest. Einatmen, strecken. Und ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm. Dreh dich auf. Dann dreh den linken Fuß um 90 Grad. Linke Hand zieht zur Decke und streck dein rechtes Bein von dir weg. Sehr gut. Dann bring die linke Hand zurück zur Matte und dreh dich auf in die Side Plank auf der anderen Seite. Rechte Hand zieht zur Decke. Genau. Lös den rechten Fuß vom Knie, schieb die Hüfte weit nach oben und wenn du möchtest, streck kurz dein rechtes Bein, halte die Ball aus. Ausatmen, bring den rechten Fuß hinter dich zum Boden, senk die Hüfte und fließ in Wildfing. Deine Rockstar Pose. Atme tief in diese Weite hinein und schieb dein Herz noch ein Stückchen höher. Und bring die rechte Hand zurück zur Matte, direkt Chaturanga, Cobra oder Updog und ausatmen, herabschauender Hund. Zwei Zwischenatmzüge hier. Tief ein, durch die Nase, lange durch den Mund wieder aus. Nochmal so. Tief, tief ein und lösen wieder aus. Weiter geht's. Atme ein, heb dein linkes Bein, lange streckt nach oben. Ausatmen, ausatmen, linkes Knie, zieh zur Nase, halte. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, linkes Knie, zieh zum linken Ellbogen, bis in die Achsel, halte. Atme ein, schieb dich zurück. Und ausatmen, rechtes Knie zum rechten Ellbogen. Dreh dich auf. Und dann dreh deinen rechten Fuß um 90 Grad, rechte Hand zieh zur Decke und streck dein linkes Bein von dir weg. Halte hier. Zieh dich über die rechten Fingerspitzen nach oben und ausatmen, bring die rechte Hand zurück zur Matte. Dreh dich auf in die Side Plank auf der anderen Seite. Sehr gut. Schieb dich mit der Hüfte nach oben und wenn du möchtest, dann strecke auch hier dein linkes Bein. Spann dich auf in alle Himmelsrichtungen. Von hier aus, bring den linken Fuß hinter dich zum Boden, senk die Hüfte leicht ab und fließ in Wild Thing. Wunderschön. Dann komm langsam wieder zurück, bring die linke Hand zur Matte Chaturanga. Cobra oder Abdog. Und ausatmen, herabschauender Hund. Atme tief ein durch die Nase. Lösen durch den Mund wieder aus. Wunderbar. Und dann beugt die Knie. Blick nach vorn und tritt oder spring an den Anfang deiner Matte. Atme ein, halbe Vorbeuge. Und Achtung, mit der Ausatmung platziere die Hände vor dir auf der Matte. Mittelfinger schauen gerade nach vorn. Und für die Krähe bring die Knie in deine Achselhöhlen hinein. Hebe erst ein Bein, dann das andere. Dann beide. spiel mit der Balance und arbeite mit deinen Bauchmuskeln. Such dir einen Fixpunkt etwas weiter vor dir auf dem Boden. Wenn du fällst, dann komm einfach wieder rein. Üb hier ganz für dich. Dann löse langsam auf, bring die Füße an die Außenkante deiner Matte und setz dich tief in Malasana, Yogi Squat. Bring die Handflächen vor deinem Herzen aneinander, schieb die Knie mit den Ellbogen nach außen und von dir weg. Wachs mit deiner Wirbelsäule lang nach oben, genau. Schenk dir hier ein kleines Lächeln, und atme tief ein, finde Länge und ausatmen. Platzi die rechte Hand schräg vor dir auf dem Boden, linke Hand zieht zur Decke, dreh dich auf. Atme tief ein, finde Weite, ausatmen, zurück zur Mitte. Ein, wachs nach oben und ausatmen, linke Hand vor dir zum Boden, rechter Arm zieht zur Decke, easy twist. Ein und ausatmen, zurück zur Mitte. Atme ein, finde nochmal Länge und dann streck die Arme nach vorn und ganz kontrolliert bring den Po zur Matte und direkt in dein Boot, Navasana. Lass die Knie gern angewinkelt oder wenn du kannst, streck die Beine. Achte aber darauf, dass dein Oberkörper nicht einsackt, sondern aufrecht bleibt. Dein Herz ist ganz erhaben. Mit der Einatmung senk nun Beine und Oberkörper fast bis zum Boden ab, ausatmen, komm zurück ins Boot. Einatmen, senk ab, ausatmen, heben, noch sechs Mal. Ein, aus, zieh an, einatmen und heben. Noch vier, noch drei, fast geschafft, die letzten zwei und allerletztes Mal, komm nach oben ins Boot, dann streck kurz die Beine, halte und löse auf, Füße zum Boden, leg die Stirn auf deinen Unterarm ab, spür nach, atme. Dann komm zurück nach oben, richte dich wieder auf und für den Tisch, Puvottanasana, platziere die Hände etwas weiter hinter dir auf der Matte, Finger zeigen zu dir, Füße hüftbreit und mit der nächsten Einatmung, schieb die Hüfte nach oben und genieß diese intensive Öffnung deiner Schultern und des gesamten Brust- und Herzraums. Sehr schön. Atme noch mal tief ein und Achtung, mit der Ausatmung senk langsam die Hüfte nach unten und zwischen deine Arme nach hinten, streck die Beine, press die Hände aktiv in die Matte und dann heb die Füße für eine Sekunde kurz an, halte und release. Sehr gut. Streck deine Beine nach vorn, zieh dein Sitzfleisch noch mal nach hinten raus und für die ganze Vorbeuge streck mit der Einatmung die Arme lang nach oben, ausatmen, beug dich von deinem Herzen geführt mit möglichst geradem Rücken nach vorn. Atme ein, finde Länge, heb dein Herz, ausatmen, und dann gib nach. Sehr schön. Lass den oberen Rücken leicht rund werden und den Kopf schwer hängen. gib ab. Dann bleib hier noch für zwei tiefe Atemzüge ganz für dich. Dann löse langsam auf, schieb dich zurück nach oben, stell die Füße auf, greif in deine Kniekehlen und roll dich Wirbel für Wirbel auf die Matte ab. zieh die Knie zu dir ran, schenk dir eine kleine Umarmung und wenn du möchtest, kreis sanft über deinen unteren Rücken erst in die eine Richtung, dann langsam in die andere, ganz genüsslich, wie eine kleine Massage. und dann komm langsam zum Stillstand und für die liegende Drehung streck dein linkes Bein, zieh das rechte Knie zu dir ran, rechter Arm seitlich von dir weggestreckt und bring dein rechtes Knie rüber zur linken Seite. Dein Blick geht zur rechten Hand. Wenn es in deinem Rücken knackst, ist es völlig normal. Die liegende Drehung ist eine wunderbare Asana, um die Wirbelsäule zu neutralisieren, alles einzurenken und einfach zu entspannen. Gib ab, lass los und komm zur Ruhe. langsam komm wieder zurück, zieh dein linkes Knie zu dir ran, rechtes Bein ist gestreckt, linke Arm seitlich von dir weggestreckt und dann bring dein linkes Knie zur rechten Seite, der Blick geht zur linken Hand. Genieß diese wunderbare Weite in deinem Brust- und Herzraum, die Dehnung in deinem oberen und unteren Rücken, deinen Schultern und erlaube deinen Augen zu schließen. Nimm hier alle Anspannung raus. Lass die Muskeln weich werden und dich schwer in den Boden sinken. Gib nach. Löse langsam auf, Komm zurück zur Mitte, zieh beide Knie zu dir ran und kreis hier nochmal über deinen unteren Rücken. Für unseren abschließenden Hüftöffner Happy Baby, hafte nun mit deinen beiden Peace-Fingern jeweils deinen großen Zeh und zieh die Knie seitlich zu dir ran. Der Rücken ist ganz lang und im Boden verwurzelt. Wenn du möchtest, wieg dich sanft von links nach rechts, ganz achtsam, ganz liebevoll. Tu dir hier selbst etwas Gutes. Dann löst die Finger von deinen Zehen, atme ein, zieh die Knie nochmal zu dir ran und ausatmen, streck alle Viere von dir weg. Lass los. Komm in deine wohlverdiente Schlussentspannung. Dein Shavasana. Löse die Zunge von deinem Gaumen und entspann den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Beobachte, wie durch diesen Punkt ganz viel Licht und Wärme in dich hineinströmt, sich in deinem ganzen Körper ausbreitet. In deiner Stirn, deinem ganzen Gesicht, deinem Herzen, deinem Bauch und durch deine Arme und Beine bis in die Zehen und Fingerspitzen hinein. Dein gesamter Körper ist von Licht und Wärme umhüllt. Du bist Licht und du bist Wärme und alles, was du hier tun musst, ist einfach zu sein. Du bist Licht und du bist, was du hier tun musst, ist einfach zu sein. Langsam komm wieder zurück. Bewege deine Finger, deine Zehen. Bring wieder etwas Leben in deinen Körper. Kreis Deine Fuß- und Handgelenke und streck Dich und räkel Dich. Und dann roll Dich gern mit geschlossenen Augen über Deine Lieblingsseite nach oben in den Schneidersitz. Ganz gemütlich, ohne Eile. Mit der nächsten Einatmung schwing die Arme weit über die Seiten nach oben. Ausatmen, bring die Hände vor Dein Herz ins Anjali-Mudra. Senk etwas den Blick und dann spür mal in Dich hinein und beobachte, was sich in Deinem Körper verändert hat. Wo nun Raum und Weite statt Enge herrscht. Dann schenk Dir ein Lächeln als kleines Dankeschön für Deine Yoga-Praxis. Deine Zeit für Dich. Bring die Hände an den Punkt zwischen Deinen Augenbrauen für klare Gedanken. An Deine Lippen für ehrliche Worte und an Dein Herz. Möge Dein Herz Dich stets leiten. Vielen Dank, dass Du dabei warst. Namaste. Wenn Dir diese Yoga-Einheit gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wenn Du möchtest, schau gern mal auf meinem Instagram-Profil vorbei und dann freue ich mich, Dich schon ganz bald wieder auf der Matte wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut! 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 Amen.